Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es ums Fische zählen. Ja, Fische zählen, warum denn eigentlich? Nun, im Grunde hat Fische zählen einen wesentlichen Sinn und das ist der, einfach mal zu bestimmen und zu wissen, wie viel Fischmasse habe ich denn in meinem Teich, um eine Abschätzung zu machen. Zum einen oder zum Beispiel, wie lange reicht denn meine Biofilter Kapazität noch? Zum anderen, wie viel Futter sollte und wie viel Futter darf ich maximal füttern? Das ist eigentlich der ganz wesentliche Punkt. Und als drittes und das glaube ich ist der der ganz wichtige Punkt, um dir selber bewusst zu machen, wie viele Fische du hast, wie groß deine Wasserbelastung ist, um einfach, naja, sensibel zu sein dafür, was du tun musst und was du besser sein lässt. Und vielleicht auch die Frage zu klären, ob es denn Sinn macht oder zielführend ist, sich weitere Fische zu kaufen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie zählt man seine Fische? Ich hatte selber zum Beispiel vorgehabt, die Fische bei 4 Grad Wassertemperatur zu zählen, wenn sie dann am Boden liegen. Muss aber sagen, dann war es mir doch immer wieder zu kalt, um da raus zu rennen und das zu machen. Und jetzt werde ich es ganz einfach so machen, dass ich einfach mir eine Liste mit allen Varietäten machen, die ich im Teich habe und dann eben sowohl die Anzahl als auch die Größe der Fische pro Varietät einfach eintrage. Und dann gehe ich hin mit der allseits bekannten Gewichtstabelle. Die gibt es ja im Internet zuhauf, wo praktisch zu jeder Gewichtslänge dann auch ein entsprechendes Gewicht steht. Da bitte ich euch nur darauf zu achten, da gibt es natürlich große Schwankungen. Nehmen wir einfach nur das Geschlecht männlicher Koi, weiblicher Koi. Bei gleicher Länge ist der weibliche Koi immer schwerer. Das heißt, ich würde mir zwei unterschiedliche Tabellen dort nehmen und würde für die männlichen Koi eher den niedrigeren und für die weiblichen den höheren Wert annehmen. Und dann kriegt ihr irgendwann, wenn ihr viel Geduld habt, einen Wert raus, der dann besagt, okay, ich habe vielleicht 50, 100 oder noch mehr Kilo Fisch im Teich. Das ist dann einfach erstmal eine Information. Denn wie ich ja schon in anderen Videos gesagt habe, die Futterrate, also das, was die Fische pro 24 Stunden bekommen sollten, differiert bei kleinen und großen Fischen extrem. Kleine Fische, also irgendwo bis 20, 30 Zentimeter, die könnt ihr mit 2 bis 3 Prozent pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag füttern. Und große Fische maximal 1 Prozent, eher sogar noch ein bisschen weniger. Hängt eben auch von der Futterzusammensetzung, vom Fettgehalt ab und hängt natürlich von eurem System ab, was euer System verkraftet, respektive was ihr für Wasserwerte habt. Wobei ich hier wieder direkt einschränken muss, es kann ja nicht sein, dass man seine Fische nicht füttert, weil man beschissene Wasserwerte hat, sondern der Weg muss ja sein, dann entsprechende Wasserwerte oder die Technik so weit zu verbessern, dass man dann mit optimalen Wasserwerten bei jeder Lebenslage zurechtkommt. Denn letztlich muss es so sein, dass die Fische genau die Futtermenge bekommen, die sie benötigen. So, jetzt ist es natürlich leider so, dass unsere Fische auch nicht jeden Tag gleich viel fressen. Wir haben ganz viele Einflüsse, die darüber entscheiden, ob die Fische gut fressen oder schlecht fressen. Da haben ein paar seien erwähnt. Das ist zum Beispiel die Wetterlage, Hochdruck, Tiefdruck oder gerade eine Gewitterfront. Das ist natürlich auch mal grundsätzlich jetzt die Sache, dass die Fische aus dem Winter kommen. Dann vielleicht auch, wenn mal ein neuer Fisch dazu kommt, der irgendwelche Bakterien mitbringt, die alle stressen und und und. Es gibt also ganz viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Schlechte Belüftung, falsche Belüftung, schlechtes Füttern, falsches Füttern. Und deswegen ist halt diese Information, wie viel man theoretisch füttern soll oder kann, immer nur eine Richtschnur, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Letztlich liegt es in der Verantwortung von dir als Keulhalter, deine Fische zu beobachten, zu schauen, fressen sie gut, fressen sie schlecht, zu schauen, wie sehen sie aus, sind sie gut genährt, wer ist weniger gut genährt, wer ist sehr gut genährt und dann zu versuchen, dieses System so anzugleichen, dass halt alle Fische die Menge bekommen, die sie halt benötigen. Und dafür ist die Gesamtmasse an Fisch, die man im Teich hat, mal ein Anhaltspunkt. Und zwar im Grunde schon mal in der, wie soll man sagen, ja zu einer Rückversicherung. Also ich komme auch, meistens komme ich an Teiche, wo die Fische zu fett sind. Dann sind aber in diesen Teichen in der Regel auch Fische, die mager sind. Das heißt, da wird falsch gefüttert. Es gibt aber auch Teiche, wo die Fische alle zu mager sind und dann wird eben total verkehrt gefüttert. Aber ist ja auch verständlich, weil woher soll ich es wissen, wenn es mir nicht mal einer gesagt hat, wie man es richtig macht und wie man das optimal bewertet. Das heißt, ich muss eben schauen nach der Körperform. Ich muss aber auch schauen nach meinen Wasserwerten. Ich muss ein vernünftiges Futter füttern und das ist kein Sägemehl aus dem Baumarkt und und und. Das hat also ganz viele Facetten. Aber nochmal, es ist halt sehr hilfreich, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe 50 Kilo Fisch im Teich. Nehmen wir mal an, die sind alle gleich großen, sind alle etwa so, dass sie bei 1% pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Dann bin ich bei 500 Gramm Futter pro Tag. Ich hoffe, ich habe jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet. So, und dann habe ich ja mal einen Wert und dann kann ich sehen, okay, hier gehen jetzt nur 300 rein oder boah, die kriegen 500 und haben aber noch so einen Kohldampf. Und dann kann ich ja gucken, haben die Fische einen guten Körperbau oder sind die noch zu dünn? Dann kann ich ja ruhig ein bisschen mehr geben. Ist ja gar kein Problem. Aber wenn ihr das alles nicht wisst, wenn ihr auch gar nicht wisst, wie viel da im Teich drin ist, wird es natürlich unheimlich schwer, das mal richtig abzuschätzen. Und dann noch ein Thema, was ja auch immer wieder betrachtet wird oder was für viele Keuhalter ja auch sehr wichtig ist, das schnelle Wachstum der Fische. Ja, natürlich ist das schön, wenn man große Fische im Teich drin hat. Aber nach groß kommt dann auch manchmal aus der Form gehen. Und also meine Erfahrung ist, dass es auch sehr schön sein kann, wenn man Fische langsam wachsen lässt. Dafür aber Fische hat, die wirklich eine tolle Körperform behalten, die ja viele Jahre einfach sehr schön aussehen. Und es ist halt letztlich viel, viel entspannter, wenn man das Ganze ein bisschen langsamer angeht und wenn man dann eben oder dadurch dann auch länger Freude an seinen Fischen hat. Ja gut, das zum Thema Fische zählen und warum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden, der zuschaut. Wenn dieser Beitrag für andere interessant sein sollte, würde ich mich freuen, wenn du ihn mit anderen teilst. Ansonsten freue ich mich über jeden neuen Abonnenten. Dieses Abo sichert dir, dass du jedes neue Video sofort bekommst. Natürlich freue ich mich auch über jede Frage. Bitte ruf mich an, wenn du eine Frage hast unter 02236 322 88 91. Am Telefon kann man ganz schnell rückfragen, wenn noch irgendwas nicht klar ist und kann dann ganz schnell auch die richtige Antwort geben. Per E-Mail und WhatsApp ist es immer ein bisschen schwieriger. Deswegen bitte nach Möglichkeit ruft an. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Euer Robert Junglichke.